Diese Musik! Unglaublich, dass jemand so eine Stimme hat! Was? Was? Mein Ticket für den Zirkus ist weg! Wo könnte es denn sein? Ich muss es verloren haben, als ich... ...gefallen bin. Chloe ist nicht die Einzige, die er manipuliert hat. Alles okay, Marinette? A-a-at... Hey, Adrian. Sie hat ihr Ticket für diesen irischen Zirkus, der letztens angekommen ist, verloren. Naja, Nino hat sich heute in der Mittagspause krankschreiben lassen. Du kannst dein Ticket haben. Er würde bestimmt nicht wollen, dass es verschwendet wird. Wenn du willst, kann ich dich sogar hinfahren. Ja, das wäre super. Du bist super. So richtig. Bis zum nächsten Mal.